Holen Sie sich jetzt ein Stück Garten in die eigenen vier Wände. Mit dem Gartenkalender 2025, wo Himmel und Erde sich berühren. Lassen Sie sich verzaubern durch die Schönheit der Natur und erleben Sie einzigartige Gartenmotive, verteilt über das ganze Jahr. Die ermutigenden Texte geben Inspiration und Zuversicht im Alltag. Erhältlich als klassischer Wandkalender oder praktischer Aufstellkalender im Postkartenformat. Ideal auch zum Verschenken. Wo Himmel und Erde sich berühren. Der Gartenkalender 2025. Jetzt erhältlich in Ihrer Alphabuchhandlung.